So, willkommen zurück zu Tate of Arise. Wir gucken noch mal ein bisschen anders machen, so. Let's go. Wir müssen jetzt mit dem Kapitanski reden. Wir ruhen uns noch mal ein bisschen aus. So. Oh, du Scheisse. Das ist ja ein ganz kleiner Schiff. Ja, so ein bisschen. Das ist ja nichts gemerkt zu haben. Und es hat oben angeeckt. Na toll. Jetzt wissen Sie, dass wir kommen. Idioten. Ach, du Scheisse. Da freue ich mich ja drauf. Da freue ich mich. Ich habe mich überraschend gelegt. Ich werde mich hierher beobachten. Okay. Los geht's. Ich werde dich aufhören. dass der zeuge und wachen rumlaufen und wundert mich jetzt nicht mitglieder die deine kopf verlassen haben sind zurückgekehrt alle da die Nein. 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 Ich bin der Fall mit einem Wettbewerb der Schmack hat sich die Schmack für den Biede Boss und die Biede zu schreiten. Ja. Dann hat man kiehlt. Vieres Biede hat nur fünf. Das schreit macht sich in einer den Karten. Man hat schon gesagt, dass ich Sion gesagt habe. Ich bin so ein Kind. Hmm? Okay Ich werde jetzt noch gucken Okay, gut Gruppe ist also gleich geblieben, sehr schön Na, lass mich die Tour aufmachen Uh, drei Tränke des Lebens Das macht mir sehr viel Hoffnung auf die Zukunft Okay, da ist die Tür zu Geht sich weiter Aber hier ist nochmal ein Lagerraum mit Kopfsalat Here we go Nix Dann Hi, Pfiffis und Schütze Das geht so Hi, let's go Und let's go Okay, let's go Ah ja, diese blöden Hundemasken Ja, was ist blöd, die Hundemasken ist super Wichtig, dass ich die mitbekomme Let's go Und boop Dohalim hat ein Level bekommen Sehr schön Minikatzien Billig ist mir ein oder irgendwie genauso aus wie das Ding in Reveal Das könnte Also was machen wir Versuch ist das So, jetzt haben wir auch was von, was Rin will können Nice So, hier ist aber erstmal noch eine kleine Kiste Mit Tomaten Können wir natürlich auch mit Herrillers zusammen Ich möchte gerne das Ding da hinter euch ran Die beiden Hosties Ein normaler Alter, wohl Boom ja und 2800 das sind immer gut und immer gern gesehen Lass mich raten Wer hätte das erwartet Wir haben hier vier Räume und den großen Ja, das ist doch fein Das für sich Gelee nehme ich sehr gerne mit Hello, how is it going? Ah, packtore, back in Komp und nochmal 10.000 Alter Schwede das war ordentlich naja ich komm gleich zu euch das sind Milch nehmen wir auch mit let's go mann rechts war noch naja 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 richtig glück ja 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 er ist zu gefährden dreimal hier habe ich leider nämlich die befürchte dass wir gleich auf irgendein starken gegner treffen die rüstungsbrecher erworben weiß wie der herstellung durch perfektes ausrechnen wir haben ein paar ausreichende dann da war er jetzt schon drinnen hello mister das gut ja 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 das hat nicht gereicht! Anlackers an der Stelle. Und wir haben's. Yes Sir, here we go. Aufzugsschlüssel. Wir können natürlich gerne mit. Wir können hier mit Sank und Abi. Wo ist das hier? Wir müssen testen. Da waren wir überall. Da drin waren wir auch. Da waren wir auch. Let's go zur EU Achso Das ist nicht zugänglich Das ist nicht zugänglich Die untere Ebene Na gut, dann die Wahrheit, die, wenn keine andere da ist Diese Partypuppe Ich sehe dahinter zwei rote Kisten Wir sind jetzt hier da ganz unten Das da drüber hatten wir schon Und dann gibt es noch zwei weitere Ebenen nach oben Let's go Viel ist groß geworden 13, das kostet doch kein Hey guys Und hätten sind noch mehr Gegner Oh, okay Oh, okay Sie macht erst mal ihre Astralas Okay Let's go Let's go Das war's, okay Ich kann theoretisch Fürsicht Gelee einfach mal ihr geben Dann ist sie wieder voll Dann können wir das andere mitnehmen Das ist auch noch ein Item Die sind halt noch mal Gegner Oh, hi Das gibt Hier we go das habe ich ja jetzt schon gar keinen bock mehr okay wir machen mal eben fix die sagen aber die nämlich stehen will wir haben mal wieder eine schöne 2 mal 3 mal schön mit der und dann zu schreien wenn ja dann ist das wichtig ja ich habe den links ja 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 auch Das war's für heute. komm, komm, sieh durch nein, das ist nicht gut achso, ich kann da tatsächlich nicht so geil Dinge zu nehmen ups Bis zum nächsten Mal.